Du bist also die neue Reporterin des Fab&Chic. Wie cool, das freut mich für dich. Hey, wann fängst du denn an? Sofort, meine ersten Interviewpartner warten schon. Mein erster Beitrag ist über die Gründerinnen von Fab&Chic, Delphi und Yasmin. Wie toll, ich wünsche dir ganz viel Glück. Du musst mir dann alles erzählen. Ja, danke. Glück kann ich brauchen. Nein, ich glaube, es gibt eine Planänderung. Ich bleib lieber hier. Aber wieso denn? Das ist doch Quatsch. Es gefällt dir doch, also solltest du es auch machen. Geh und genieß das, ja? Bis später, Reporterin. Hey, Luna! Simon! Ähm, Nina? Das ist mein bester Freund, von dem ich dir so viel erzählt habe. Hallo, freut mich. Simon, das ist meine liebe Freundin Nina. Okay, ich muss jetzt leider los. Wir sehen uns später. Luna, jetzt rate mal. Vor dir steht das neue Bandmitglied von Pedro und Nico. Wie abgefahren! Ihr drei macht sicher klasse Musik. Und du? Wie war dein Tag? Gut, aber heute Morgen bin ich zu Tode erschrocken. Ich sag's dir. Ich dachte schon, Papa, entdeck dich gleich. Boah, das war echt richtig knapp. Sehr knapp. Mifuffi, hast du dich für den Wettbewerb angemeldet? Welchen Wettbewerb? Na, den zwischen den Bahnen. Wovon redest du? Auf welchem Planeten lebst du? Einem, der sehr weit von deinem entfernt ist. Offensichtlich. Jeder weiß, dass das der wichtigste Wettbewerb des Jahres ist. Was ist los, Snob? Bist du jetzt etwa zum Manager vom Jam'n'Roller befördert worden, du Wichtigtuer? Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich unterhalte mich gerade mit Simon. Freut mich. Hallo, ich bin Simon. Hallo, hallo. Hey, dieser Wettbewerb klingt doch gut. Mach schon mit, Luna. Nein, nein, nein. Quatsch. Ich bin doch noch ganz neu auf der Bahn. Hast du etwa Angst? Dass du den Preis für den besten Sturz gewinnst? Natürlich nicht. Ich hab keine Angst. Okay, dann würde ich sofort anfangen, mir einen Partner zu suchen, denn der Wettbewerb ist für Paare. Ich würde mich ja anbieten, aber ich bin vergeben. Zum Glück, denn ich will nichts von dir. Mit mir würdest du gewinnen. Ich bin der beste Skater auf der Bahn. Mein Schatz, hier bist du. Ich hab dich überall gesucht. Wollen wir trainieren? Gehen wir. Luna, für wen hält er sich? Offensichtlich für den Besten, aber beachte ihn einfach gar nicht. Und was ist? Nimmst du an dem Wettbewerb teil?